Und dir die besten und stärkste Schmerzen zu besorgen. Super. Die Seiten helfen. Super. Also ich dachte mir, ein bisschen Bewegung hilft auch. Bewegung? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Ich wollte mich ein bisschen hinlegen und das nicht um mich auszuruhen. Du wolltest dich hinlegen? Ja. Nicht um dich auszuruhen? Ja. Alleine oder? Ja. Dann kann ich mir gleich mal deinen Rücken anschauen. Oh ja, dann kannst du ihn ja mal anschauen. Guck mal, ob da alles gut ist. Ja, genau. Ja. Scheiße. Tut wieder weh? Ja. Okay, okay. Das war's dann heute. Oh!